ARD Text im Auftrag von Funk Ja Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal ARD Text im Auftrag von Funk Und ja Leute, meine Haare sind wirklich scheiße aus und wie ich es schon im Titel gelesen hab Es gibt heute ein Haarstyl von mir Und ja, so wie jeder Junge Was glaub ich schon mal? Boah, Digga Wie ich die geschnitten habe, Alter Ich mach irgendwann mal ein Video, wie ich meine Haare schneide und ihr werdet euch zählen Digga, passt los, mein Lieb Schickst euch einfach rein Ich hab einfach Bock drauf Sorry wegen diesem Halt hier, aber ich glaube das ist bei jedem Bahrzimmer so Aber egal Ja, als erstes Wer sich die Haare aufstellt Und sie gut haben will Der wäscht sich zuerst die Haare Oder macht sie kurz nass, dann troffnet er sie ab Und das machen wir jetzt Bis gleich So, schlussendlich sieht es so aus zu angesehen Und ich hab meinen Zug vergessen jeden zu stellen, darum muss ich jetzt holen Bis jetzt Also jetzt von den Jungs wichtig ist, dass ihr sie wirklich gut abtrocknet Und nicht nach dem Duschen mal ein bisschen so und dann gleich füllen gehen Sondern es müsste schon so irgendwie aufsehen Frisse ich meine Kette noch ab So feucht irgendwie, okay? Nicht falsch verstehen Ich glaube ich muss hier WTF Leute Leute Dass ihr wirklich mal föhnen wollt eure Haare Ja? Dann müsst ihr auch sicher sein, dass dieser hier eingesteckt ist So Und das föhnt ihr jetzt ein bisschen durch Und Tut das so halt Richtet die Haare so nach oben Und dann müssen sie eigentlich noch Eigentlich gut halten So Leute Bei mir sieht das meistens dann So aus irgendwie Und das ist einfach nur noch behindert Und deshalb Deshalb will ich meinen Wachs benutzen Und dazu noch ein bisschen Haarspray Den muss ich jetzt holen Bis gleich Das ist mein Haarspray Das ist einfach Der beste Haarspray Hat meine Freundin gesagt Und ja Ihr könnt es auch nur mit Haarspray machen Oder nur mit Wachs Aber ich mache es bald Damit es besser hält Und ja Als erstes nehme ich hier Mein Wachs Mein guter alter Wachsli Etwa so viel Verschmier das auch mal Mit einer geilen Ekligen Hand So Dann sieht das doch aus Und dann Und dann Fische mir das überall Um die Haare Und dann So ist das eigentlich Mein Ding So Und jetzt nehmt ihr diesen Haarspray Hallo Ah ist ok Dann nehmt ihr diesen Haarspray Und tut es euch irgendwo rein Jetzt bleibt das nochmal kurz So 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 Anschein So Ist Das ist Das M Resultat Ich hoffe das ist jetzt gut Und Ja Und das wäre es auch schon gewesen sein Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch ein Like Da würde mich sehr freuen Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Dann klickt auf den Abonnieren Button Und dann ist die Sache schon geregelt Und ja Und Seht ihr meine Website Ja Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Tschüss